Leute, guckt euch das mal an, wir sind jetzt im Kabelschacht, das ist der Kabelschacht, unter der Fabrik, hier steht alles unter Wasser und das sind bestimmt, was meinst du, einen Meter? Ja, krass. Aber zum Glück können wir hier oben ein bisschen laufen. Ja, ich habe mich gerade echt erschreckt. Ach, der Basti ist da hinten, Mensch, ehrlich, jetzt dachte ich gerade, wer steht denn jetzt da in der Ecke? Alter, ich kriege hier echt einen Föhn, ey. Da ist aber alles nass, da gehe ich nicht mehr weiter. Aber da ist nicht viel Wasser, es geht noch bis da vorne hin. Ja, ich trau den Saaten hier trotzdem nicht. Weißt du was, ich gehe vor dir und du folgst mir. Schatz, hör auf damit. Jeder erschreckt sich hier. Ich hab da was zu machen. Klar machst du was. Alter Schwede, das ist aber ganz schön viel Wasser hier. Ja, jetzt wollte ich aber gerade was sagen, nicht? Ey. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich kann nicht Sarah verstehen. Hör mal, dem Braten hier trauen, das ist ja echt der Hammer, wie man hier laufen muss. Nee, da gehe ich nicht mehr lang. Nee, da muss ja an der Seite, wo das Holz ist, muss ich nicht festhalten. Wie weit geht denn das noch? Da hinten ist eh Ende, oder? Ja, da geht es runter. Ja, das ist echt hier. Ich war noch nie hier. Das ist nicht der Gang, wo wir waren, mein Schatz. Was? Das ist auch nicht der Gang, wo wir waren. Hier ist doch kein Wasser am Ende. Ja. Der ist leer gepumpt. Das ist nicht der Gang, wo wir waren. Jüngle, Jüngle. Das kam komplett neu, übrigens nicht. Ja, das sieht echt neu aus, ne? Das ist der Hammer. Oder die haben das aus der Wand rausgerissen. Nee, alle anderen sind ja hier weg gewesen. Na ja. Das? Ja. Mhm. Ja. Das ist ein Loch. Das ist noch ein bisschen weg. Auch, wir finden hier wieder raus, ne? Ich wollte gerade auch was sagen. Aber ich bin auch nicht der Finger davon, jetzt so groß weit zu zu gehen. Ja, ja, gut. Wir müssen nur diesen Weg nachher wieder zurück, ne? Ja, aber das ist gut. Das schaffen wir schon. Hier geht es noch weiter runter. Hör mal ehrlich, dass du da so stehen kannst, ne? Ey, ich kriege hier echt einen Föhn, du. Ja. Soll ich vor dir gehen, Sarah? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Also, da gehe ich nicht runter. Auf Nimmer. Alter Schwede. Ja, Leute, ihr seht, wir sind hier tief unter der Erde, machen einen Spaziergang. Nehmen wir das Kabel durch. Nehmen wir das Kabel durch. Kabel durch. Und macht das bitte nicht nach, was wir hier machen, Leute. Nein, das ist super. Da, das ist also schwer.